Haaa! Was ist das? Nix, nix, nix! Ja hallo, Ladies und Gentlemen! Hallo! Aller Farben, Größen, Formen und Geschlechter! Willkommen zurück zu Tech-It-Light! Ja, wir haben hier off-camera, wie ihr seht vielleicht, wie ihr vielleicht mal seht, alle Ohrs aus der Corrie rausgeholt, macerated und gebrannt und ja, da sind wir jetzt inzwischen schon ziemlich hohes Level. Ich bin 62, was bist du, Moritz? 61. 61, genau. Und da wir jetzt so viele Diamonds haben, dachten wir uns, wir machen uns jetzt mal eine volle Diamond-Ausrüstung und enchanten die auch gleich noch mit... Ja, außer natürlich die Chestplate, weil wir haben ja Jetpack. Genau. Und ich würde auch sagen, dass wir uns noch gar keine Diamond-Rüstung machen, sondern erstmal so eine Diamond... Pickaxe auf jeden Fall. Pickaxe und so, genau. Weil dann dachten wir uns, wenn wir so Efficiency oder sowas kriegen, oder Luck, dass wir halt zwei aus einem kriegen, dass wir dann hier das alles abbauen und schauen, dass wir möglichst viel davon haben. Also. Ähm, auf zu Diamanten. Sollen wir vielleicht Bücher enchanten, oder? Bücher enchanten. Hm, wie geht denn das? Kann man da einfach ein Buch reinlegen, oder was? Ja, glaub schon. Probieren wir das doch gleich mal aus. Das heißt, warte, wir haben ja nur irgendwo zwei enchantete Bücher, das weiß ich. Okay. Doch. Nein, aber schau mal, wenn wir Bücher enchanten, dann kriegen wir irgendeinen Random-Effekt. Dann können wir auch was für ne Rüstung kriegen. Und ich will hier was für... Achso, ja stimmt. Für die Dings. Ja, ja, macht Sinn. Für die Pickaxe. Ja, hast du schon Pickaxe requested? Äh, oder Diamonds für die... Ich requested gerade ganz viele Sticks. 20, um genau zu sein. Und Diamonds? Hab ich 64 da. Welche waren und zwei? Willst du mir die Hand nehmen? Ja, nimm es in die Hand, Moritz. Okay. Nice. Boah. Nicht dein Fleisch. Achso, das ist Koppertast. Das ist Koppertast. Das ist Koppertast. Äh, Fleisch wäre das hier. Hm. Okay, wie viele Pickaxes machen wir? Also wir können viermal enchanten, das heißt, wir machen vier Pickaxes. Oder? Aber was anderes als Pickaxes müssen wir eh nicht enchanten. Ja. Ja. Gut, dann kriegst du zwei. Und ich geh zwei. Und dann gehen wir zu dem geilen Enchanting-Room. Ne? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Wir haben übrigens off-camera auch noch ein paar Bookshelves gemacht, das heißt, wir können uns bis zu Level 30 enchanten. Was ziemlich nice ist. Vielleicht drei. Da, danke. Wie ihr hier seht, vollstens ausgestattet und auch noch stylish, sodass die Fenster nicht verdeckt werden. Wer will anfangen? Wir können auch gleichzeitig. Echt? Echt? Erleg mal was rein. Ich hab was drin. Ja. Bei mir nicht. Ich hab Efficiency 3. Und Efficiency 4. Und... Unbreaking 3 und Efficiency 4. Ja. Die Frage ist jetzt, was macht was? Ich denke, wir können die beiden zusammen craften theoretisch. Unbreaking und Efficiency. Äh. Nein, ich hab auf einer Unbreaking und Efficiency und auf der anderen nur Efficiency. Okay, aber ich hab Efficiency 4. Oh, fuck you. Jetpack ist leer. Wie viel Mensch hab ich irgendwo 2 rausgekriegt? Ne. Aber ne Menge XP. Ne. Efficiency heißt dann, dass man es schneller abbaut, oder was? Ja. Hä, was ist dann an Unbreaking? Dass es ab und zu mal nicht... Nein, dass die Pickaxe langsamer kaputt geht. Ja, genau. Dass es halt ab und zu mal nicht das von der Bar runterzieht. Ja. Ja. Abzieht. Okay. Ja, dann auf geht's. Uran abbauen und so. Ja. Ist aber scheiße, dass wir es da nichts bekommen haben. Ja, eigentlich schon. Wir sollten mal den einen Rat befolgen und mal eine Welt voller Dungeons machen. Ja, kann man ja nicht gleich mal. Ja, stimmt. Aber jetzt machen wir nämlich noch eine saugelle Idee und zwar machen wir uns so Nanosabers. Ja. Weil die einfach auch immer cool sind. Deswegen. Und wir haben sie ja. Ja, genau. Ja. Okay, wir haben sie gleich. Alter, welches Level bist du? Zehn. Ich bin siebzehn. Aber bei Diamonds kriegt man so viel XP. Bling, bling, bling. Ich bin nur zwanzig. Der Fug. Oh Gott. Ah, letzte Reihe. Oh. Ah. Ich hab nicht aufgekommen. So. Ich hab einein und halb Stacks. Äh, one und ein Stack Dime. Ungefähr. Und das ist jetzt ein Lauter. Ja, ich nicht. Okay, cool. Ich hab weniger. Ah. Aber mein Pickaxe ist fest überhaupt nicht kaputt. Meiner auch nicht. Also. Überhaupt nicht. Äh. 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 Dann ist vielleicht Efficiency fast das gleiche wie Unbreaking oder so. Ich weiß nicht. Aber weißt du, was noch ganz cool ist, was ihr rausgefunden habt? Wie ihr ganz schnell Resto und Nikolai kriegen könnt. Und zwar ist unsere Nikolai Tress inzwischen schon voll. Warte, ich zeig's euch schnell. Ähm. Da 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 da. Nikolai. Äh. Proppe voll. Es regnet. Aber der Feuer ist die ganze Zeit nicht geregnet. Immer wenn wir aufnehmen. Immer. Und dann hier. Und zwar kriegt man aus einem Nether Lapis. Oder aus einem Nether Redstone oder aus einem Nether Nikolai 24 Lapis. Oder 24 Lapis. Der Sand ist weg. Wenn ihr da irgendwie was braucht, dann holt euch noch was. Nether Wars Abbau. Gut. Aber. Das heißt. Wir machen jetzt was. Äh. Genau. Jetzt machen wir uns erstmal. Ja komm. Machen wir uns Diamond Rüstung oder? Wir haben's ja. Diamond Rüstung und Nanosaver. Nanosaver. Genau. Kümmerst du dich. Äh. Ich kümmer mich über Diamond Rüstung. Ja. Ja. Der was? Nix. Es ist nicht so wichtig. Du willst irgendwas sagen? Naaah. Zack, 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 zack. Ah hier ist noch ein Stack Diamond drin. Warum sag mir jetzt nur. Zack, zack. Und. Äh. Chessplate brauchen wir nicht. Aber gut. Genau. Ah, die schauen ja saugeil aus in dem Texture Pack. Haben wir Coal Dust? Ja, Domlin. Boah, give you. Was? Oh mein Gott. Danke, danke, danke. Und das dürften wir eigentlich rein theoretisch einfach hier reparieren können, dann wenn's kaputt ist. Und die Pickaxe ist auch. Warte, ich probier das gleich mal aus, wenn ich hier ist. Ops. Hier jetzt dann so mach. Ach so, dann tu ich hier ist die Diamond. Das, das, das. Genau, dann kann ich's wieder reparieren für Level. Das heißt, wenn wir eine richtig geile Pickaxe haben irgendwann, dann können wir die einfach immer wieder behalten und reparieren. Ciao, ciao, chillig. Okay. Äh, können wir das dann eigentlich mit einem reparieren, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So. Aber ich mach noch eine Diamond Axe für dich und eine Diamond Shovel. Okay. Ja, das ist ja. Ähm, hier. Kannst du dein anderes Werkzeug gleich weglegen. Und... Diamond Pickaxe. Die Frage ist, ob wir uns eine normale machen. Und die Tenneten dann storen, damit wir das dann später zu besseren craften können. Mhm. Weil, schau mal, komm mal oben zu dem Crafting... Oh, 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 oh. Äh, äh, zu dem Enchantment. Haus. Du fliegst in die falsche... Das stimmt. ...Richtung. War beabsichtig, ich wollte dich nur testen. Äh, ich tue nur kurz was in den Compressor, gell. Ja, ja. Ach so, für die Nanosabers, oder? Ja. Ja. Und wahrscheinlich, ähm, morgen ist ja wieder Wolf dabei, der hatte heute einfach keine Zeit. Ist blöd gelaufen. Aber morgen dürfte er wieder dabei sein. Und wahrscheinlich fangen wir dann, äh, dann gleich mal mit der Unterwater Base an, oder machen ein paar, äh, wie soll ich sagen, äh, Vorbereitungen, oder halt... Ja. Ja. Ja, müssen wir im Single-Player noch ein bisschen ausprobieren. Genau. Wie wir den Raum am besten so, wasserfrei kriegen. Genau. Wir hatten da ein paar Ideen, aber ob die so funktionieren. Ja. Das weiß niemand so genau. Jetzt weiß ich auch nicht mal, was ihr wollt. Du wolltest zum Enchantment-Dings kommen. Ja, eigentlich wollte ich noch schnell Energy Crystals, äh, requesten. Oh, das ist... Ach so, brauchst du für Dings, genau. Ja. Gut, äh, aber ich habe jetzt eine Pickaxe behalten und die andere habe ich oben bei einem Enchantment in die Box gelegt. Äh, in die Tour. Okay. Und ich würde sagen, da lagern wir unsere ganzen Enchantment-Sachen, die wir dabei nicht brauchen. Ja. Dann lege ich die zweite, I don't know. Ja. Die du halt nicht brauchst. Ja. Und dann baue ich... Was brauchen wir? Genau, wir bauen eine Box. Weil wir einen, äh, Linking-Book jedenfalls... Nein, nein. Was brauchen wir mit Linking-Book? Äh, ich hab nur Linking-Books. Wie viele? Für die Overworld. Für die Overworld. Äh, Descriptive-Book auch? Nein, nur noch Linking-Books, aber wir könnten schlafen gehen. Gut, dann request ich mal zwei Books. Wir haben auf jeden Fall nur zwei Linking-Books. Daher. Okay. Äh, dann speichere ich gleich mal Descriptive-Book ein als Recipe. Okay. Danke. Nanos selber kann man einfach in der MFE aufladen, oder? Glaub schon. Äh, genau. Ich brauche hier noch... Ah, danke. Feather... Request... Bock. Ähm... Und... Ah ja, genau. Übrigens. Ich habe im Singleplayer schon mal rumprobiert wegen Crafting Table Mark III und so, wegen Solar Panels. Und jetzt habe ich das gelöst. Und zwar habe ich hier einfach zwei Recipes eingespeichert. Einmal mit einer... Re-Battery, die äh... So ist. Also praktisch schon eine ID hat. Und einmal eine, die keine ID hat. Also halt die, wo die EU angezeigt wird. Und jetzt, je nachdem was wir noch im Storage haben, wird halt dann das benutzt. Und das funktioniert jetzt so auch. Also... Und hier haben wir halt noch eine MFE halt. Weil Energy Crystals... Energy Crystals auch nicht stackbar sind. Und ja, das ist saugeil, dass das jetzt so geht. Das heißt, wir können jetzt Solar Panels auch mal ausproduzieren. Aber ich brauche trotzdem noch einen Crafting Table, einen automatischen. Zack. Eine Crafting Pipe. Da dürfte ich irgendwo drin sein. Und noch eine Crafting Pipe. Cranked. Die Feder ist da. Ach, Vieh. Dreh dich mal um. Wow, das ist dein Griff. Ja, ein Nano-Saver. Wow. Ich glaube, wir müssen es aufladen. Ja, glaube ich auch. Ja. Boah, es geht. 40.000 EU. Not bad. Aber es schaut nice aus. Also der Griff jedenfalls. Ja, äh... Soll das eigentlich mehr sein, oder? Wie mehr? Ja, mehr als der Griff. Ja, wenn du Rechtsklick machst, dann fährst du es aus. Und dann kannst du schlagen. So zack zack. So zack zack. Boah. Aber du musst es halt eingefahren lassen, weil sonst verlierst du dauerhaft Energie. Also sobald du es ausgefahren hast, verlierst du Energie. Das heißt immer, wenn du irgendwo anders hingehst oder so, dann... Genau. Es blinkt. Ja, genau. Okay. Cool. So warte, ich geh noch schnell Dings einspeichern. Du kannst... Warte. Ähm... Du kannst gleich ein Descriptive Book requesten. Äh... Wo speichere ich das ein? Ich speichere es mal... Hier ein... Zack. Äh... Meint eigentlich die Quarry in der anderen Welt schon wieder, oder? Äh... Nö. Noch nicht. Ja, machen wir dann. Okay, Descriptive Book kannst du requesten. Chill dein Leben. Linking Book mach ich auch gleich mal, oder? Oh, Nanosaber 2 OP. Wie viel? Wie viele Hits? Ein Hit auf den Skeleton. Nice. Ein Descriptive Book. Ja, brauchen wir, oder? Hast du noch eins? Nein. Linking Books hast du noch, oder? Also Overworld Linking Books. Habe ich noch zwei, ja. Ich kenne das. So, Crafting Pipe. Linking Book lassen wir auch gleich einspeichern. Sack. Perfekt. Dann machen wir uns in der Welt mit ganz viel Dungeons und gehen ein bisschen Dungeon raiden, oder? Wo hast... Ja, können wir mal... Ähm... Wo hast du dein ganzes Zeikido? Also, so... Die alte Rüstung? Die alte Rüstung, so habe ich hier oben drin. Okay. Wo die ganzen Copper-Armers noch drin sind. Oder Bronze-Armers. Die wir uns umsonst gemacht haben. Äh... Voll deprimierend. Oben. Oben. Da? Da hab ich's rein. Aber wir können gleich... Nein, Tool ist in die Diamond Chest, oder? Nein, warte. Nein, Tool ist in die andere. Dann tue ich hier die ganzen Tools raus. Das glaube ich ist kein Diamond Chest. Echt? Ne. Okay. Okay, dann let's go. Moment. Ich bin schon mal oben, gell? Du hast das Descriptive Book und Linking Book. Äh, dann könnten wir uns noch einen Pedestral machen, oder wie immer das heißt. Äh, oder... Lacturn. Ja, Lacturn ist fast besser. Ist dir's schon eingespeichert? Äh, nicht eine Lacturn, äh... Nein, wie heißt das? Lacturn? Nein, Pedestral. Nein, nicht Pedestral. Nein, nicht Pedestral. Nein, Lacturn. Nein, Lacturn war das... Lacturn, das du am Boden hier stößt. Lacturn, ja, aber es gibt auch... Ja, einen Book Stand. Ja, einen Book Stand. Genau, nehmen wir doch einen Book Stand, der schaut schon viel stylischer aus. Ach, jetzt auf einmal? Ja. Warte, ich spreche jetzt schnell rein. Okay. Aber jetzt brauche ich eine Crafting Pipe. Ähm, ist Crafting Pipe eingespeichert? Keine Ahnung. Crafting... Nein, ist es nicht. Wir sind schon bei H48. Da fuck. Not bad. Crafting Pipe. Brauche ich... Zwei Glowstone. Glowstone. Zack. Eine Logistik. Basic Logistik. Okay, und dann brauche ich noch... Was was? Zwei Sticks, gell? Zwei Stick. Kann sein. Ich gehe dabei mal nach oben. Ja, du kannst dabei schon mal die Welt machen. Äh, machen wir eine Void-Welt? Nein. Keine Void-Welt. Keine Void-Welt. Ja, dann würde man die Dungeons einfacher finden, aber okay. Nein, dann spawnst du in nichts. Wenn du eine Void-Welt machst. Ja, außer du hast halt da so... Äh, ja, egal. Mach's einfach nicht. Okay. Also Dungeon. Was nehmen wir da, ist drauf? Warte, ich requeste schnell einen Bookstat. Request? Extreme Hills Edge Biome? Nee. Nee. Forest Biome? Oder Forest Hills. Gibt's nicht irgendwie Skyland Biome oder so? Skyland... Das müssen wir wahrscheinlich noch finden, glaube ich. Aber es gibt ja, äh, Sky Biome. Ja, gibt's das, weiß ich ja. Also nicht Biome, aber halt mit Generation. Haben wir aber noch nicht. Die haben wir noch nicht. Ja, haben wir noch nicht gefunden. Sky Dings. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach Forest oder Forest Hills oder was. Warte, ich schau mal. Äh, was hast du jetzt schon drin? Noch gar nichts. Nichts. So, dann machen wir... Plains, oder hätte ich gesagt. Plains böse. Findet man am besten, das ist das hellgrüne. Unten. Okay. Findet man am besten die Dinger. Achso, wir brauchen ja drei verschiedene, sonst werden ja welche generiert. Ja. Oder vier. Ne, ich glaube zwei haben uns letztes Mal gereicht. Ja gut, dann mach noch, äh... Mach drei von denen. Geht das? Ja genau. Dann... Küche Biomes, oder? Ja. Äh... Brides. Sowieso. White Sunset, oder White Sky. White Sky? Ja, White Sky. Dann ganz viele, äh... Was machen wir denn? Caves machen wir zwei drauf, oder? Oder drei? Okay, drei. Dann Dungeons halt noch ganz viele. Alter, was geht mit dir? Okay, reicht. Macros, Junge. Macros. Macros. Da, Generation Standard. Da. Oder wir könnten Cave World, ja egal. Äh... Eternal Day. Ja. No... Äh... Eternal... No Weather. No Weather. Ja genau. Und... Nehmen wir Dance Wars mit? Ja. Hau mal drauf. Mhm. Ja, hau mal ein, zwei Dance Wars drauf. Ja genau. Perfekt. Und nenn's um zu... zu... Dungeon World. Ach so, der Dungeon hast du schon. Dungeon heißt C schon. Dann dazu... Dann hau mal raus, so hast du schon. Da. Gehst du rein, oder so ich? Mir ist egal, es wird sowieso wieder laggen, egal wer... Ah fuck, ich habe ja keinen Linking Bug dabei. Na egal. Ja, ich habe ja zwei. Okay. Hast du noch einen Bugstand? Ja. Bugshelf habe ich. Äh, Bugstand. Geh kannst. Rein. Das ging ziemlich. Staubend schnell. Woah. Was? Ich bin schon da. Ja, schau. Okay, ich... Ich tu mal den Bugstand einfach hier hin. Ja bitte. Kannst du das Buch drauf tun? Wo? Wo denn? Darf direkt vor dir hier. Da steht bei mir nur nix. Dann lagts doch noch. Jetzt. Ja, ich habe jetzt schon ein Buch drauf. Okay, ja. Nice. So dann, let's go. Look for Dungeons. Oh Gott, wie viele Monster da sein werden. Okay, ich habe schon mal den ersten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde den gleich abfahren. Und nicht aufmachen, Junge. Erst abfahren. Fortune 3. Das war's. Das brauchen wir. Nice. Und wir haben schon wieder so einen coolen. Music Disc. Okay, ganz viel random stuff. Wir haben zwei Logic Matrix Programmer. Das heißt, wir haben dann schon drei. Und wir wissen immer noch nicht für was wir gebrauchen. Gott. Falls ihr es wissen, schreibt es in die Kommentare. Bitte. Ähm, wo ist der nächste Dungeon? Ich habe vielleicht einen Waypoints dazu zahlen oben. Äh, ich bin fast nur da, also machen das kurz. Was ist der Dungeon? Ich hab vielleicht doch schon mal die nächste. Das sind ja nicht... Da sind ja... Warum sind die keine? Nimm welche Ordles mit? Äh, ich dachte jetzt hauptsächlich mal Dungeons mal. Und dann schau mal weiter. Äh es wird die... Waypoints. Ich hab noch zwei direkt nebeneinander. Ja, lass mich da rein, abbauen, vielen Dank, nein, nein So, jetzt habe ich ein Smite 2 Oh, cool Smite ist nur gegen Kote, glaube ich Ja, egal, kommen wir da noch selber entscheiden Ich glaube nicht Und hier ist noch ein Projectile Protection 3 Also für Rüstung praktisch Da kannst du auch noch übelst die OP Rüstung machen Und ich habe zwei Diamonds gefunden, nehme ich mal mit Ich werde tanken Und einen... Oh mein Gott Spawner Jawohl, Creeper sind endlich One-Hit Oh nein, ich habe hier geklärt Äh, warum sind die Zombies 2-Hit? Man weiß es nicht Sollte wieder ausschalten So Dann habe ich noch ein Infinity 1, ah für den Bogen Projectile Protection Ich habe Infinity 1 für den Bogen Oh, nice Oh, das wird jetzt nicht weg Oh, das sind erst voll das Nanosever die ganze Zeit umdraus zu schalten Ja Aber da haben wir endlich mal einen Nanosever, das haben wir glaube ich in Tech-Gids Standort nicht gemacht Stimmt Da könntest du durchaus recht haben Wo bist du eigentlich gerade ungefähr? Keine Ahnung, ziemlich weit weg Okay, cool Ziemlich weit unten, ich bin gerade auf Diamond Höhe und finde nur Diamonds gerade Aber das ist ja mal richtig nice Aber das ist ja mal richtig nice Wenn du so ein Äh, wenn so ein Creep erzündet, ja Und du drauf haust, dann stirbt er trotzdem Echt? Mhm Okay Oh mein Gott, was ist das hier für die Finanze? Wir haben schon wieder zwei Logic Matrix Programme So viele Diamonds Da flug Und, okay Aber gut, wir sind schon wieder bei 22 Minuten, ich glaube Echt jetzt? Ja, voll krank, oder? Echt Wie schnell die Zeit vergeht Aber ich glaube, wir suchen jetzt hier off-camera vielleicht noch ein bisschen weiter Und schauen, dass wir noch was Gutes finden Ja Auf jeden Fall Und ich habe noch ein Looting 2 Ich glaube, das heißt, dass man mehr Drops kriegt von Dings Okay Keine Ahnung Von, 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 wie heißt Monstern Mobs Ja gut, dann Ich hoffe, euch hat es gefallen Wie gesagt, wir schauen hier noch ein bisschen rumschauen Wir hoffen, dass wir noch was finden Vor allem Diamonds wahrscheinlich Aber dann haben wir so 1000 Diamonds Ja, das werden wir sowieso haben Ja, ich bin schon wieder Level 30 Ja, fast Okay Dann werde ich gleich wahrscheinlich wieder in die Overworld gehen und was enchanten Aber wie gesagt, oh my god, spende Ich hoffe, euch hat es gefallen Da oben ist noch ein Dungeon, oder? Ja Okay, ein letzten Dungeon Wo spawnen die bitte? Keine Ahnung, ja Ja, da ist kein Spawner mehr Der ist von Gravel zurückgeschüttet Und Feather Falling Hab ich auch noch, nice Okay Dann, hoffe, euch hat es gefallen Äh, ihr könnt ein Like da lassen, wenn ihr wollt Wenn nicht, dann nicht Und, äh, Moos, beste Worte Ja Ja Ich wollte es nicht so direkt sagen Aber Indirekt Okay Ja Ciao Tschüss 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 Tschüss